Hallo zusammen, aus aktuellem Anlass haben wir uns entschlossen, unser Konzept für kurze Zeit umzustellen. Eine Erklärung dazu werden wir euch später liefern. Jetzt erstmal so viel, wir wollen mal stündlich eine Meldung bringen. Mal sehen, wie das so ankommt und was das für Auswirkungen hat. Also hier die erste Meldung in dieser Richtung, unsere 10 Uhr Meldung. Und gestern Abend bei einer Talkshow im deutschen Fernsehen wurde der ukrainische Außenminister zugeschaltet und er hebt schwere Vorwürfe gegen Deutschland oder wohl besser gesagt gegen deutsche Politiker und möglicherweise Teile der deutschen Wirtschaft. Man hätte Russland erst stark gemacht und er erwarte nun von Deutschland, dass es sehr viel Anstrengung unternehmen würde, um die russische Kriegsmaschinerie aufzuhalten. Unser Fazit, die deutsche Politik ist nun gefordert und die betroffenen Wirtschaftsunternehmen sollten ihre Geschäftspolitik überdenken. In diesem Sinne, einen schönen Tag, bis zur nächsten Meldung. Tschüss und Ciao. Musik 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 Musik